Ich würde hier gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich habe genug von dieser Wüste. Gehen wir zurück zur Odyssee und verschwinden von hier. Und wir gehen nun ein neues Land. Wir haben jetzt noch weitere 6 Monde bekommen hier aus der Wüste. Aber es wird Zeit, hier wegzubegehen. 56 haben wir jetzt insgesamt. Und jetzt haben wir die Entscheidung zwischen Zeeland und Forstland. Wir gehen ins Zeeland. morgens. Wir gehen ins Zeeland. Mehr so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir gehen über die Schmerz. Wir gehen zum Beispiel einmal zurück. Der Schmerz ist bei einer Unterricht. Über die Schmerz ist bei einer Omaru-Asiung. Der Schmerz ist mit dem Schmerz. Der Schmerz wird aber es ist erzählt. Der Schmerz müsste in dieser Schmerzが trainiert. Er sieht Geschmack aus. Diese war leider sehr anstrengend, das unterschritten wird auch von dort. Wir haben zwar nur 73 Münzen, aber die sind erst immer später für mich. Wir schließen gleich. Fuck that shit. Los geht's, ich freue mich auf das Seeland. Seeligant. Wudels über dem See. Wir wollen die schon sehen. Okay, schauen wir uns doch mal schon mal um. Aha, das ist das Stand. Das ist was wir hier sehen. Ah, da habe ich gleich mal die Patten gesehen. So, die ersten drei Münzen, also Lüa-Münzen. Komm mal für uns. Und dann haben wir hier, glaube ich, irgendwas. Hi. Ein Mond. Okay, bis zum nächsten Mal und tschau. So, ich habe das Video gemacht. Wir lassen die zwei den Nachrichten. Ach, man, das ist kein Grund. So, wenn du mir machen, dann aber nicht. So. So, dass du das Video gemacht hast, So, schauen.